Mein Lieblingsplatz auf der Festung Königstern. Ich möchte das in Planquadrate einteilen, ich weiß es nicht so genau. Einer der schönen Plätze ist der Hinrichtungsplatz von Glendenberg. Einfach weil der Ausblick schön ist. Also ich glaube er ist mit den Worten gestorben, ich stehe bis zum Hals in der Scheiße, aber der Ausblick ist schön. Der Platz ist einfach toll, genauso aber hier oben auch auf der Mauer ist super. Oder der Blick auf die Christiansburg, jetzt wird es georgt. Also ich habe keinen. Ah hier die Tiefkeller. Tiefkeller sind drauf. Wow. Ist einfach, ne ist voll rund rum. Lieber nächste Frage.